Hoffentlich ein gutes Omen. Und an der neuen Landebahn, da steht jetzt meine Kollegin Julia Tschetsch. Julia, läuft da denn jetzt eigentlich schon der reguläre Flugverkehr? Ja, das kann man sagen. Also die Landebahn hinter mir ist heute quasi schon in Hochbetrieb gegangen. Im Moment sieht man zwar leider kein Flieger am Horizont, aber bis 18 Uhr circa kam die hier wirklich in drei Minuten Takt runter. Und das war ziemlich überraschend, denn erst hieß es ja, um halb drei kommt die Regierungsmaschine mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an Bord. Und um halb vier kommt noch ein Flieger von der Lufthansa und dann ist erstmal Schluss. Aber denkste, ab Viertel vor vier war es dann tatsächlich so, dass ein Flieger nach dem anderen auf uns runterrauschte.